ja was heißt es halt ich habe doch keine ahnung wie es funktioniert auch ja schon klar ich dachte es ist doch mit waffen ganz das sturm kommt ja auch ich hatte noch nie aber ich habe dich trotzdem geschlagen es ist nur ich habe gewinnt Hä? Wo bin ich? Ah, der Sturm ist da! Breta! Komm jetzt nicht zu mir. WTF? Warum hat sich der Geburtschicht mit der Ferien? Kleiner Arsch. Da kann ich mich wirklich töten, indem ich runterfalle. Ah! Klappgeschützt. Junge, wo rutscht ich denn hin? Fick dich. Autsch! Ne, ne! Autsch! Autsch! Ah, ja! ist wichtig ist einfach bei diesem zeitiger immer zu bauen ich bin überfordert ich habe mich zu hallo stop oh kacke jetzt sterbe ich als erstes nico bin ich da die kraft die online so was schon wieder es hat nicht geboten ist warum naja Ja, Digga Braunbär Hallo, stopp Immer gegen die Noobs gehen hier Hi, Level 2 Mein Gott, wie der Johnny, du Arschgeburt Oh, hi Johnny Hallo Shit Ich hab, oh man, ich hab dich getroffen Oh, wo bist du denn? Vor allem, Johnny hat mich nicht mehr gekillt Oh, nicht das schon, Digga Digga, ich lasere dich direkt Stopp Hey, das ist schmuggeln, ne? Das ist richtig morgens Digga, das ist ein gespeckt Weg, hier Von Wurman, von wo braucht der? Wo kommst du denn? Du bist zu mir gerannt Hä? Du bist zu mir gerannt Du hast, wie krass es geht, Digga Du bist gekauft Ja? Echt Welchen? Total welchen Ja, wenn du mal siehst, wie Johnny eigentlich gut bauen kann, Digga Das hat dir alles beigebracht, Digga Ja, stimmt Weißt du, Johnny, wo wir so Richtige, krasse Unterrichtsstunden hatten Ja, Mann Wo ich dir gezeigt habe, wie man so baut, Digga Wie man so richtig krass schnell bauen kann, editieren kann Ja, ja, das war bös gut Ich hab vollsteig Wenn du das auch mal machen willst, Digga Dann schreib mich mal privat auf Instagram an Ähm Okay Das ist schon gut von ihm, muss ich sagen Das ist schon gut von ihm, muss ich sagen Ich bin ja direkt in die Nuss-MD, oder? Ich war nicht Oh Gott Oh, Digga, alle Bixer hier gerade jetzt Oh, oh Oh, oh Ah Was machst du, Digga? Ich hab versucht, da rüber zu springen Kleiner Oh, die hat so eine Arschmitte Oh, die hat so eine Arschmitte Oh, die hat so eine Arschmitte Oh, stopp, nicht schießen Oh, stopp, nicht schießen Oder? Oder? Ich weiß nicht Ihr dürft nur mich runter schießen, okay? Weil ich kann das ungefähr abschätzen Wie ich da nicht verpissen kann davon Okay Das war jetzt aber auch nicht nett, hier direkt zu mir zu kommen Hallo Warum gehen sie alle gegen mich? Ich weiß nicht, was ist das? Seite ist... Ah! Au! Schiss, Alter Mir wurde es gerade abgeseilt Oder sowas von ohne Ding abgeseilt, Mann Ohne Sicherung gerade Ich hab einfach keine Sicherung gehabt, Digga Hallo Schiss, deine skills Du kannst dich kommen Du klicka Schiss, Mann Du yes Fa-C- SUK YOU Fa-C-Fa-C-U Fa-C-LIGHT, Fa-C-LIGHT ich weiß nicht nur wo er ist aber doch er ist immer noch da unten ich dachte also gar nicht hin hallo stopp ich meine ich mache ich noch die haben alle beide auf mich eine halbe minute lang geschossen wo ist schon hier eigentlich hat er das bin doch einmal hinten ja du hast mich brutal erschreckt wo du dich bist weil ich dich abschauen nicht schmerz du bist ein fixer hallo johnny nicht gegen mich vereinbarte kräfte gegen ihn er schießt uns gleich wieder runter die arschgeburt du darfst mich nicht trauen den braun der 7 1 1 echt so schon hier hat mich gekillt alles oh du